FC Bayern, Sven Ulreich beleidigt Bayer Leverkusens Simon Rolfes im Topspiel als YR, Keeper entschuldigt sich Sven Ulreich hat sich unter Bayer Leverkusens Sportchef Simon Rolfes für eine Schmähung an dem Rande des Bundesliga-Topspiels an dem Samstag bei dem FC Bayern und dem deutschen Meister, 1 zu 1, entschuldigt. Auf einem in dem Internet kursierenden Video eines Fans ist zu sehen, als Ersatz-Torwart Ulreich in dem der Partie in Entwicklung der Bank der Werkself ruft, hey, hey, setz dich hin, Rolfes, du WCH, Sir. Dem Münchner Boulevardblatt TZ erklärte der deutsche Rekordmeister auf Anfrage, dass Ulreich sein Wortwahl bedauere und weil war nicht böse gemeint bitte, sogar so wie der Eruption in der Hitze des Moments passiert sei. Ich habe es weder gehört noch mitbekommen, sagte der Sportdirektor des amtierenden Meisters. Auch Rolfes sogar reagierte unter Bild aufs Video. Eine kleine Vorsprung in Entwicklung von Ulreich konnte der 42-Jährige sich aber nicht verkneifen, für dasjenige Anspruch seiner Worte ist jeder sogar verantwortlich.